hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video und aus dem zweiten Video hier unter der Flagge der ersten Euro Truck Simulator 2 Eventwoche freut mich dass du wieder eingeschaltet hast und ich hab mir mal ein bisschen Kaffee gegönnt hier in Lienköping ihr wartet auch schon der nächste Auftrag okay so hört es sich an ich wollte noch mal gucken und dann schauen wir mal und nehmen wir den Auftrag an danach gibt es erstmal gar keine mehr das heißt wahrscheinlich vergeht dann halt ein bisschen mehr Zeit weil ich das ein oder andere Mann mich aufs Ohr hauen muss bis dann wieder Aufträge rein flattern genau ich guck einfach nochmal hier nochmal sicherheitsüber nach es gibt immer noch nur den einen von Lienköping mit einer Baggerschaufel die 3,5 x 4,9 x 2,9 Meter groß ist und das sind die Maße der Baggerschaufel und 25 Tonnen schwer die einzige die wir annehmen können also nehmen wir es an wieder dasselbe Spiel wir haben ja neulich ein weil wir im gestrigen Video ein Fahrzeug Chassis von Newbeleiden nach Newbeleiden gefahren und heute fahren wir nochmal die gleiche Strecke nur halt mit einer Baggerschaufel und ein bisschen weniger Geld also wie ihr sehen könnt wir bekommen jetzt sogar für pro Kilometer gibt es jetzt auf dieser Tour 3 8 Euro weniger pro Kilometer schon nicht ganz so viel aber ja also die richtig dicken Aufträge die können die nehmen wir dann halt an wenn außerhalb der Woche ne also da kommt noch wieder gut in Kohle rein so ist es nicht da sehe ich auch hier schön so das LED vom 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 Volvo vom Volvo Emblem hier also das hier dann nehmen wir mal eine Auftrag an eine Baggerschaufel mit 3,5 x 4,9 x 3,9 Meter und 25 Tonnen für 8,992 von Newbeleiden nach Newbeleiden nach Kalmar Fahrt vorsichtig Oh Tatsache mal sogar eine Tagesfahrt sehr schön ein wo so eine komplette tagesfahrt genau achtung du beabsichtig einen spezialauftrag auszuführen zwei begleitet verzeuge werden die hierbei leiten sei vorsichtig und folge ihren hinweisen und vorschlägen im router weise spezialtransporte werden wie diese halten nicht an roten ampeln und haben in den meisten situationen vorfahren während solche transporte werden häufiger wegpunkte angelegt und einen fortschritt zu speichern richte besondere aufmerksamkeit auf folgendes vermeide jeglichen denkbaren konflikt mit den begleitfahrzeugen und halte die frachten zwischen ihnen weiche nicht von der geplanten route ab und so keinesfalls tankstellen rastplätze oder ähnliches auf beachte die geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km pro st die durch das vordere durch das vordere begleitfahrzeug gesichert gestellt werden achte auf überholenden verkehr spurwechselmanöver sehen wie folgt aus erst das hintere begleitfahrzeug dann das vordere begleitfahrzeug und dann ich selbst solltest befolgst du diese regeln nicht könnte dein spezialauftrag scheitern dann machen wir noch mal die party beleuchtung an und legen los tolle perspektive wenigst links ab wiege nach links ab genau ich fahre jetzt wieder ein bisschen mittiger hier einfach was man letztes mal nicht so gepasst hat sehr schön ah mir gefällt der schwach schon echt gut alle gibt es keine kamera vorbeifahrt dich hier noch mal auf dem hügel ja aber nicht wirklich vom schwach selber da können wir noch mal sehen wie der sich um die kurbel weg der intere teil demnächst links abbiegen so ich hoffe mal dass es nicht allzu viele probleme jetzt geben wird bei linker ping wieder ich habe gerade auf woher gerade den kombi gesehen habe das könnte ich dann ja auch bei dem bei der nächsten event woche könnte ich ja auch hier das als auswahlmöglichkeit nehmen das ist doch nicht dein fucking ernst für da einfach komplett einfach einfach schnur gerade aus zeit zu gehen das haben wir ja auch noch nicht erlebten das ist auch ein first für mich dass der im begleitfahrzeug einfach mal einfach ohne zu bremsen aufhört auf die kai wahnsinn ich habe das gefühl jetzt habe ich alles gesehen und das ohne irgendwelche ich habe ich habe das ist alles komplett wenn das ist vanille verkehr klar sind ist der fakt ist in die fahrzeuge nicht vanille aber es ist keine verkehrs mod mit drin die irgendwie den verkehr beeinträchtigt also er wollte gerade fahren glaube ich sogar noch ich habe das gefühl jetzt habe ich alles gesehen habe ich das gefühl jetzt wieder durch mutaner durch achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung ja mutaner ich bremse ja schon ab navi ja 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 so sachen gibt's die gibt's gar nicht und doch gibt es die schon man 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 ok Okay, da bin ich wieder bei der einen Sache, gut, dass so häufig zwischengespeichert wird bei solchen Transporten, bei den Spezialtransporten. Bitte links halten. Ja, bringe ich hin. Und gleich, glaube ich, komplett rechts dann halten. Dann nehmen wir die Ausfahrt links und jetzt gleich komplett nach rechts. Oh Gott, da war ja was. Die Kurve ist ja ultra close, sehr sehr eng. Jetzt einmal wieder komplett rüber. Dankeschön. Jetzt geht es hier wieder auf die Autobahn, irgendeine E, ich kann es nicht erkennen. E6 vielleicht. Ach, E4, nah dran. Richtung wieder näher an Linköping ran. Man merkt es. Kann ich jetzt auch eher weniger machen. Ja, ich könnte es jetzt pausieren, aber dann würde es ja wieder weiter rumlegen. So, pausiert, festbasisch beruhigt. Und jetzt geht es ja wieder ab. Mal schauen, wahrscheinlich ändert sich das dann in der 1.40. Dann, wenn ich keine Grafik-Mod mit dabei habe. Bzw. keine Jahreszeiten-Mod, die halt überhaupt nicht kompatibel ist mit einer Map mittlerweile. Aber jetzt nur mit einer Mod, aber naja. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Vielleicht hätte ich es von der Reihenfolge, von der Priorität auch weiter nach unten packen müssen, aber... Rechts halten, dann auswärts rechts nehmen. Mal schauen, ob ich jetzt auch ohne... Spielabsturz. Leckumio, der kann man mal spät, weil ich es jetzt in den Kreisverkehr schaffe. Aber ich frage mich echt, was der am meisten gerade hier am Force-Loaden ist, ne? Also... Was so von der Load... Was vom Laden hier gerade die höhere Prio hat. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Was der halt immer so abgeht. Startwegs... Ey, schon wieder hier der Spielerabschluss beim ersten Kreisverkehr. Das ist ja geil. Okay, doch noch nicht. Aber es lädt alles so langsam, dass ich jetzt hier vielleicht auch mit 30 nur durchfahre. Damit ich dem Game ja die Chance gebe, dass das alles noch nachlädt, bevor ich dann da bin. Da hinten fehlt noch ein bisschen Polizei. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Würde ich mal behaupten. Oder vielleicht auch nicht. Soll wohl nicht so... Nimm diese Ausfahrt. So, Festplatz ist beruhigt. Das heißt... Soll jetzt größtenteils alles geladen sein. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Sehr schön. Dann nehmen wir die Ausfahrt und dann... Weiter mit der Baggerschaufel. Ich muss hier doch wieder ein bisschen weiter links halten. Unter Laternenfehler. Ein Kreisverkehr, der kommt noch. Festplatte geht wieder gut ab, aber es geht bergauf. Ich denke mal, ich sollte da nicht allzu sehr dann auch abbremsen müssen. Im Vorhinein. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Oh, 100%. Nimm diese Ausfahrt. Ich will deinen Lachs festplatte. Ich bin aus Linköping raus. Jetzt geht es nur noch nach Kalmar. Hier ist nichts mehr, wo du sagen musst hier... Oh, 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 oh. Mach mal jetzt einen ruhigen hier. Mensch, das kann das. Ja, aber jetzt merkt man auch schon wieder wirklich so den... Die Frühlingseffekte. Frühlingsmods. Jetzt, wo man hier schön am Tagelang fährt. Ah, ist schon... Ist schon schön. Ist schon schön. Ja, und der Winter... Der Schnee, der wird jetzt bis... Ich glaube, irgendwann im Dezember, ne? Ähm... Ich glaube, bis zum 20. Dezember wird es dann erstmal keinen Schnee hier geben in... Euro Truck Simulator 2. Erst ab dem meteorologischen... Beziehungsweise den astrologischen... Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Am Winter anfangen wird es dann wieder... Schnee geben. Und weiter geht die Wetterfahrt. 95 Kilometer noch bis Kalmar. Da. Die Sonne geht gerade sehr gut weg. Erleignet. Oh, ich darf nur 50. Ich dachte, ich darf schon wieder 60. Ist ja wohl. Gemütig am Vorsicht hinfahren. Wo soll ich jetzt noch hier und da Platz gemacht? Der Sonne geht weg. Wenn der Sonne weg geht, dann kann ich vielleicht sogar doch noch mal... Oh, ich wollte ein Stück hier mal aufnehmen. Wenn ich dann mal Aufsieger bekomme. Aber ich... Ich... I don't know... Morgen könnte... Zeit vielleicht für alles da sein. Vielleicht nicht. Im Idealfall sollte aber morgen sein. Morgen alles für die Woche im Kasten sein. Im absoluten Idealfall. Okay, also wenn... Wenn das... Guck mal jetzt... Ist halt die Frage, haben wir jetzt gerade Ostwind oder Westwind? Ich gehe ja eher von Westwind aus, weil es hier typisch ist. Das ist ja nicht so, dass es mal noch nicht Ostwind gab. Aber müsste eigentlich doch Westwind sein. So wie die Wolken sich hier gerade... Ne, wir haben Nord-Ostwind. Das heißt, erst mal schön viele Wolken. Okay, dann... Nehme ich vielleicht doch noch mal... Halt auf. Halt auf. Aber erstmal... Die Bagger-Schauf will ich abliefern. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Da... Irgendwann eine tollen Schwerfahrer-Schaufel. 36 Kilometer noch. Jawoll. Ja, ich finde solche... Außenperspektivischen Fahrten auch schon nice. Sie ziehen ja doch schon wieder ein bisschen was hinter uns her. Ich fahre zu schnell. Ich weiß, es geht jetzt ordentlich bergab hier, wo ich hier Geschwindigkeit aufnehme. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und da darf ich jetzt schnell fahre. So, die kommen sich runter. Mal auf 58. Und dann geht es jetzt hier wieder leicht den Berg hinauf. Wieder schön am See vorbei. Man hört die Grillen-Zirpen so leicht. Und jetzt geht es hier bergauf. Ja, ich habe auch nicht mal als Wippatzeleer rechts. Also würde ich ein bisschen mal mich rechts halten, damit... ...der nachfolgende Verkehr auch nicht hinüber holen könnte, wenn er wollte. Ja wehe, du setzt dich jetzt genau zwischen mir und dem hinteren Beleidfahrzeug. Das wäre ja nicht das erste Mal. Dadurch ist ja... Das gab es ja schon mal im Amerikant Simulator, dass dann... ...jemand sich den Spaß erlaubt hat. Und dann sich da einfach zwischen mir und dem Begleitfahrzeug gesetzt hat. Und danach, dass es halt irgendwie gescheitert war. Und ich dann wieder neu laden musste. von mir ab. Von mir ab. ein bisschen bemerkbar hier machen und irgendwie vorbeirauschen ja bin schon dabei und da haben wir gleich auch schon sogar die Absatzstelle wir sind gleich bei Newbeleiden in Kalmar und dann haue ich mich auch wieder bei der Tanke aus Ohr und da muss ich halt mal gucken wie oft ich mich aus Ohr hauen muss denn werde ich mal gucken ob es einen weiteren neuen Auftrag gibt ich bezweifle es sehr stark deswegen werde ich mich wahrscheinlich ich weiß nicht ob ich angebessener wäre wenn ich in ein Hotel nachfahre es ist dann doch ein bisschen angenehmer auch wenn ich hier genügend Platz hätte zum Schlafen ja vielleicht legen wir mal was oder hin ist ja gemütlich hier schön in den Sonnenuntergang hinein das ist auch schön das Bild das ist auch schön in den Sonnenuntergang das ist auch schön in den Sonnenuntergang das ist auch schön in den Sonnenuntergang Ich bin ein bisschen zu früh, ein bisschen zu stark runtergeschaltet, deswegen bin ich dann ausgerutscht, wenn man so möchte. Wunderbar, dann machen wir das Bling Bling aus und laden. Not a big pop problem, 2 von 3, the bigger the better, 2 von 11, ausgezeichnet Spezialtransport erledigt, gefahrene Strecke 225 km, dauern 9 Stunden, verbrauchter Kraftstoff 100, 170 Liter, ich glaube beim letzten Mal waren es da 200, waren es ein bisschen mehr, ich glaube es war auch ein bisschen schwer, glaube ich, oder? Es gab für 8.992 Euro und 573 Erfahrungspunkte, ich schaue nochmal kurz nach. Könnte es wohl den größten als letztes hingehen, es gibt keine Treffer, dann, ja, dann. Dann fahre ich mal wieder zur Raststelle da vorne, beispielsweise zur kleinen Tankstelle. Hau mich dann da aufs Ohr und dann schauen wir mal, wohin die Reise dann als nächstes geht. Und mit welcher Ladung? Aber hauptsächlich, wohin die Reise geht und von wo? Ich bin mal gespannt, was da so uns dann im morgigen Video erwartet an Fracht. Die Sonne ist doch noch nicht ganz weg, belastend. Oh, jetzt ist es aber richtig wie am reinballern. Okay, hier ein bisschen besser gestoppt, aber immer noch nicht gestoppt. Ich gucke gleich nochmal kurz auf den Wolken gerade, ob ich nochmal was aufnehmen will oder nicht. Besser wäre es, aber wenn die Sonne weithin so präsent bleibt, dann überlege ich mir das nochmal. Aber erstmal an dieser Stelle bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Euro-Tschwagis-Invenator 2 Video wieder. Hier von der ersten Euro-Tschwagis-Invenator 2 Eventwoche. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.